Perfekt. Fast liegt aber da noch an der Stelle. Ist ja schön. Schön sieht klar. Lust zu... Oh, noch 5000, Mann. Oder sechs eher. Rose is a red. Mein Pimmel a cross. Ich kacke in die Hose. Wir checken mal die örtliche Dealer ab. Jessica. Wir reden später. Wir reden jetzt. Dann stelle ich eine Base und schiebe da rein, wo die Sonne scheint. Oh, vorbei. Bei dir scheint überall die Sonne. Oh. Hallo. Oh, schön. Das ist es. Danke. Steht auf der Bank. Okay. Oh. Zack. Guten Morgen. Haben Sie? Ich hörte das. Hi. Hallo. Kann ich? Nein. Haben Sie? Ich sehe. Hi. Guten. Keiner hat was für uns, Mann. Lasst uns. Oh. Das ist. Ja, mach doch die Transportmissionen. Bleibt mir da am Arsch. Ist da drin wieder eine komische Stadt. Da verstecken die sich alle. Das überrascht mich nicht. Auch Renosui ist da. Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Nach all dem. Das erzählen sie uns. Wir reden später. Ist ins Gebäude geklitscht? Das dachte ich auch gerade. Lasst uns. Guten. Ich. Nein. Das ist da. Wer hat denn einen Job? Jemand. Hallo. Hallo. Da. Hi. Guten Morgen. Ach, weiter oben. Ja gut, dann klappern wir die vierze Mal ab. Calvin Klein. Oh. Der hat glaube ich mal handeln wollen. So auf die Eier zu schaukeln. Oh. Tag. Guten. Seid alle useless. Das überrascht mich nicht. Also damals schlägt eines hier ist ja schon deutlich besser, muss ich sagen. Das war echt gemerkt, dass wir daraus gelernt haben. Muss man echt dazu sagen. Was ist die andere Mission? Die ist da hin da. Bauen wir es kurz hin. Der beide Formelmacher. Ach, ja man. Differenzial-Sperre. Allrad. Gib ihm. Das wär's jetzt. Das überrascht mich nicht. Ach, da haben wir einen Pick-Up. Ja. Ja. Bestimmt. Das Auto. Kann nichts. Das überrascht mich nicht. Haben die rote Äpfel? Nee, das war der Schirm, der durchgeschimmert hat. Ich dachte grad. Wer von euch Schmarotzern hat denn die Aufgabe? Da. Hey, hey. Julian Bam, bleib da. Oh, ich. Es gibt. Ja, Gepäer. Noch nicht. Entschuldigung. Epic Rider. Wait. Hey, wait. Scheint eh nicht zu neu. Guten. Guten. Ja. Wow, hat sie mich ein bisschen was läuft. Samantha. Oh. Guten Tag. Kann ich ihn. Nein. Ich habe. Das. Gut, okay. Wir müssen jetzt. Wir müssen beide da runter. LOL. Sag ich nicht, es lohnt sich. Wir fahren. Auf die Straße. Oh, mir hängt er da. Ach, das wusste ich jetzt aber nicht. LOL. Ein Verkehrsunfall. Oh. Das war mal links, ja. Äh, sind die fertig? Scheiße, ich glaube, sie sind ready. Fuck. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, mein Mähdrescher. Jetzt muss ich kurz googeln. Ähm. Mit dem Drescher. Okay. Passt. Der mal ledigt. Gut. Ich meine, wie das läuft, die Loupie. Ob da viel reinpasst, wie die Erträge sind. Wir haben Arbeit. Wuhu. So ein typisch bereiter Beispiel. Jetzt kommt Kohle rein ohne Ende. Und, ähm, ja. Das nächste Mal ein Stamm sparen müssen. Und dann halt an die 100.000, ne? Das ist ja richtig hässlich. Ich bin der Trager. Mit allem. Pflüger, Kuberer, der ganze Scheiß. Weil erst mal der Traktor mit dem, äh, Pflüger reicht. Ich kann mal die Flugmissionen schneller machen. Drogedealer wieder. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Ach, der hat beide gleich. Loi. Wie sich das wieder klont hat. Nur einmal hingehen und gleich beide Pakete abgrast. Raufel. Guck, den Weg spart. Nice. Map, map. Pass mal auf. Muss ja durch. Aber ist er dumm. Geh mal weg hier. Map, map. BKW-Fahrer und Raffnetter 3, dass ich von rechts überholt werde. Map, map. Komm da lang. Fascht, Mann. Ich krieg den Storch noch. Ach, ich freu mich auf die neue Wohnung. Ich sag's euch. Vor allem Kabelanschluss. Ich schaffe an der Fußbodenheizung. Balkon. Es war kein fester Parkplatz. Aber das, wo wir dort waren, hat es eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Vom Parke her. Das ist ganz entspannt. Ich will auch mal ingame. Ah ja. Dann kann man gleich zurückgehen. Dings machen. Das Food. Und dann, äh. Guck mal, was man so zusammenkriege. Kohle technisch. Ah, das bräuchte ein Achtung. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Dank. So mag uns nicht mehr, der Pisser. So ein Sack. Oh. Ich fahr da übers Feld, Mann, ey. Ist mir scheißegal. Was ist das Feld eigentlich? Oh, könnte man sogar leicht. Da habe ich jetzt nicht ein. Wechselst du, denke ich, ist nicht einfach effektiv. Ja, du wolltest dich kurz halt drum kümmern. Du pflanzst ein. Klar, man steht ein Tag Kugel kurz. Äh, äh, was das Wasser betrifft. Aber sonst noch. YOLO. Beiß mal if. Gut, das war ein Instandsatz. Jetzt wird halt, da geht halt Kohle nach Flöde. Aber ist egal. Ah, brave Sau. Geht welches, sind das auch da? Da wollen wir auf jeden Fall einen holen. So ein Rätschernsackel tut es ja noch. Ja, so ist es nicht. Hier ist das Paket. Ich sag ja, der ist ein Drogendealer. Ohne Scheiß. Ich kann es mir ganz vorstellen. Jeder will von den Pakete haben. Das überrascht mich nicht. Na? Also, arbeitslose Pisser hier, ne? Die den ganzen Tag angeln will, dass man, dass man dann ihre Ernte vernichtet. Also, das ist ein ganz komisches Völkchen hier. Man kann ja mal sagen, dass ich nochmal Tee tue. Angeln den ganzen Tag. Keine Straße. Keine Bank. Anscheinend ist ja eine, die die Bank gekehrt hat. Die hat doch irgendwas geraucht. Oder sich eingeworfen. Die war doch nicht mehr auf dem Planeten, Mann. Jeha! Oder wo nicht? Was für euch witzig wäre, jedes Fahrzeug besitzen, ne? Achievement. Quick. Fischte knack für die Säcke, ich smack. Clara! Wenn die erst morgen erhende die Lupine, ist auch nicht schlimm. So, es brav, Becky. Raus aus meiner Küche, ist ein Schelle. Noch nicht, entschuldigung. Doch, lege jetzt weg. Ich will kurz mit den Rädern. Ich betwörb dich sonst. Hallo, schnuss. Schön zu hören. Okay, kein Sozialpunkt. So, Apfelmus. Zucchini. Gürbiscreme. Tomato-Sauce. Toza-Milch. Renne. Felderenten. Jo, Bambis Marmel oder Instant-Abgase. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Schön sie zu... Ja, du hasch mich doch. Ich verkaufe nur die ganze Zeit und kaufe nichts. Zählen, das ist jetzt eine verlogene Drecksau. Och ja. Dreitausend noch. Dann fahren wir mal den Trecker hoch. Besser. Ja, der Trecker sage, der Mähdrascher. Ich muss aber den Karre weg. Ach, stimmt. Wirklich, der T-Rex hat sich so reingeschoben. Das ist ein maliges Schneidwerk vorne dran. Okay. Ich glaube, das klappt doch auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich spritze auch gleich. Ich spritze auch die Tür zu. Ich sage, da kommt der Berg nicht hoch. Oh. So schön neu aus in seinem Gewand. Der Master Harvester. 5000. Das wäre für eine Hinterradlenkung. Äh, beirrre. Domei Händler. Das überrascht mich nicht. Hamster auch? Ja. Ich nehme die Füße. Unrealistisch. Ich nehme die Hände. Also mal aus in seinem Gewand. Dann sieht es nicht so aus. Oh, ne. Geht sogar. Dann war das Schneidwerk von dem Mais, meine ich. Oh, da geht das. Das sagt Spiel. Okay. Ist noch unreif. Hm. Dann brauche die also noch. Gut. Das überrascht mich nicht. Fuck. Ist jetzt ärgerlich. Warte mal, bedenken, es fehlt mir viel. Ist noch 3000 jetzt. Och, man. Äpfel können der Reis sein. Da können wir doch gut dran verdienen. Tony Stark vielleicht. Hey, Tony, wait. NYPD Zugriff, was geht? Ach, typisch. Scheiße. Wo ist Clara Lara? Hey, Clara Schwester. Kann ich helfen? Klar, was müssen Sie? Morgen, Leute. Guckt mal, was es hier Äpfel gibt, man. Ach Gott. Jetzt wird es so ein Stückli auch gerade. Nur Walnüsse sind das ja. Ich glaube, drei, vier Stück. Können wir mal gesehen auf dem Walnussbaum. Ist jetzt nicht so viel. Leider. Ich habe schon gefreut, dass wir es zum Arbeiter hängen. Dann rieche ich jetzt Rasse mehr. Apropos, es sieht eigentlich mit einer Pflanze aus. Ja, wachsen. Rose, sehr nass. Heißt, wir können eigentlich nichts mehr tun, ne? Abpflügt das Feld, pflügt deine Mutter. Jetzt müssen wir leider schlafen gehen. Echt schade. Ja, klar bringt ihr Geld ein. Das ist wie ein Hahn, das hat man es jetzt nur ein einziges Mal. Ich glaube, man eingestellt ist es auch nur für ein Praktis-Game. Können wir denn irgendwas anschauen? Wir können halt nichts machen, nicht füddern, nicht knüddeln, nothing. Das finde ich vor drei Mal vor zwei Jahren bald gekauft. Ja. Wie weiß es auch. Sehr schön, was geht es jetzt zu arbeiten? Nee. Nee. Ja. Ja. Okay. Wenn ich da kein achtstelliger Betrag sehe, dann hat sie es erledigt. Ich fange mich gar nicht damit an. Und dann wird das okay. Was kocht ihr den ganzen Tag? Was punch ich für gift Summer? Die Frau. Gewächsterhaus wünsche ich auch mal ready sein to fly, na? Ja, äpfel eigentlich auch mal langsam. Dann reparieren wir die Gebäude. Das wächst dann noch fleißig vor sich, ja. Das ist alles noch zu klein. Ach man. Ich wollte es ernten. Piu, piu. Äh, nächste links. Äh, rechts. Ach, hier schon wieder die Sache. Was sind die denn? Marco Polo. Ach, falsche Richtung. Da lang. Okay. Ah, er will. Hallo. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ich hole die Kette Säge raus und schneide die Beine ab. Oh. Und dann? Ah, funktioniert doch. Lasst uns halt. Sie ist mir ge- Ja, art. Noch nicht. Entschuldigung. Uff. Wir müssen rumgeklitsche. Ich bin beschäftigt. Wir reden später. Hä? Noch nicht. Entschuldigung. Verarsch mich doch nicht. Das überrascht mich nicht. Wir reden später. Maaan. Immer diese Bugs. Zack. Guten. Ich bin ein Gebäude auf... Pfff. Uuuh. Ne. Das haben wir schon. Ja. Aber richtig schön. Ansichtssache. Sieht so verrotzt aus wie vorher. Aber immer noch scheiße. Und das nehme ich auch am Arsch. Ich muss sagen. Hey, wo ist meine Kohle? Alter. Klär aus dem Maul. Spielverleichert. Ach, das stimmt. Das wird ja Marmor gemacht gehabt. Weil da nichts mehr draus ist, ne? Ich muss doch hier irgendwo sein. Ja, da f... Hallo. Dann reden wir mal mit denen. Mit denen haben wir schon schon wieder gequatscht vor kurzem. Aber da steckt ja keiner mehr durch. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Lasst uns... Kann ich... Nein. Im Sie. Mir geht es... So, das müssen wir kurz mit den Quatsch stellen. Hi. Kann ich ein Gebäude auf... Ja, welches? Ich rede noch kurz mit Bonduelle. Nudelsauce. Wir reden später. Wie heißt der? Brün. Ja, sag ich noch Bonduelle. Jetzt leg die Schau... Äh, sind... Was gehst du? Hühnerstall, du Spast. Oh, bist du mal da. Das überrascht mich nicht. Lasst uns guten... Das ist da. Ha, ha, ha. Auch das haben wir schon repariert. 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 Es ist nicht schön, so einfach Geld zu verdienen. No, lass mich da. Blablab. Hab's doch gemacht. Danke. Hier ist etwas für dich. Ach, verpiss dich. Ähm. Ja. Das Wege Speicher. Den haben wir glaubt noch eine Quatsch, ne? Noch nicht. Entschuldigung. Ich bin beschäftigt. Also zu verkaufen. Oh. Ach. Viel zu. Dank. Ja. Guten. Dank. 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 Das... Das... Gibt's bei dir was Neues? Sorry. Absolut. Also ich glaube, eh nehmen wir es auch richtig dran, dass hier noch an Format 1C programmiert wird, wenn man sich zugebe.